Hallo und herzlich willkommen zurück zu... Uh, hallo, Night. Warum sind wir hier? Okay. Ich dachte, wir wären in der Kristallspitze, aber naja. Gehen wir da auf jeden Fall mal wieder hin. Ah, ich weiß warum. Okay, da ich jetzt gerade nur eine Folge aufnehmen kann, muss ich gucken, dass ich in der Kristallspitze ganz wichtig eine Bank fände. Begrabe mein Körper, bedecke mein Panzer, welches Sinn liegt in der Dunkelheit, doch ich verbleibe. Ich warte hier für immer, bis das Licht wieder erblüht. Begrabe Körper, bedecke Panzer, dunkelheit sinnlos, gefährlich, doch verbleibe Licht wieder. Er hat keinen Bock mehr. Der hat keinen Bock mehr zu singen. Ranziges Ei. Oh yeah. So, hier sind wir wieder. Dann suchen wir mal nach einer ähm geeigneten Stelle für eine Bank. Ich bin hier so weit weg gegangen beim letzten Mal. Oh man. Wo könnte hier eine Bank sein? Hier oben waren wir ja schon. Aber ging's hier oben weiter oder nicht? Ups. Und doch, es ging weiter. Jo. Bisschen Übertreibung ist schon dabei. Da oben ist der Karten-Dude. Der Karten-Zar. Oh mein Gott. Ist das gemein. Alter. Ich glaube, ich kann die auch nicht so einfach besiegen, oder? Hallo. Hier, um den Berg zu besteigen. Ich habe Geschichten von einem Gipfel ganz oben gehört. Leider zu weit oben für mich. Ich habe es nicht mit Höhen. Ja. Unten wäre eine Bank. Unten wäre eine Bank. Also gehen wir runter. Alter. Alter. Und zwar noch weiter runter Noch weiter Runter, 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 runter Okay Gut Dem Anschein noch Alter Stirb Hier machen wir auf jeden Fall Kack, dinge da Hm Verflucht seien die, die sich dem König entgegenstehen Gut Hirschkäfer Ein Mechanismus für einen Spalt für eine Art Karte Doch kein Hirschkäfer, das ist Zug Das ist hier die Tram Okay, wir finden hier ganz neue Orte raus Auf jeden Fall Erstmal für Samtmeln ein Foto machen Betrachten Kack ziehen Um das Gefäß zu schützen, schlafen die Träumer Bonomon, der Gelehrte, in ihrem Archiv umgeben von Dunst und Däbel Lurien, der Wächter, in seinen Warte die Stadt überblickend Ira, die Bestie In ihrem Bau, inmitten der tiefen Dunkelheit jenseits des Königreichs Dank ihrer Hingabe trotz Heilandnest Ewigkeit Standorte der Träumer in Karten hinzugefügt Oh Geh nicht weiter, kleiner Schatten Was zwingt es, die Dunkelheit zu verlassen? Was führt es dazu, in diesen heiligen Königreich zurückzugehen? Ein Ruf von jenseits der Siegel, vom Gefäß oder diesem gefangenen Licht Würde die Siegel brechen, sie können nicht geöffnet werden Aber das Gefäß wird schwächer Die Seuche verbreitet sich aufs Neue, sie müssen geöffnet werden Doch unsere Siegel halten, unsere Pflicht besteht Es muss verbannt werden Unsere Pflicht besteht, es möge geschehen Verblasse, kleiner Schatten, verblasse Lasse uns in Ruhe schlafen Nix da Okay Ah, da sind die Standorte von den Typis Na dann Boing, 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 boing Hallo Die Latine, Alter Hallo Chumpe run, chumpe run Zack, zack, zack Äh Ja, voilà Hallo Was für ein schreckliches Schicksal es dir auferlegt haben Dich in diesen Raum zwischen Körper und Seele zu werfen Wirst du ihr Urteil annehmen und langsam dahin schwinden Oder wirst du die Waffe vor dir an dich nehmen Und dir deinen Weg aus diesen traurigen, vergessenen Traumbahn Waffen Er mit Waffen Oh Der Master Der Masternagel Traumnagel Yeah Ja Halte Äh Dreieck Um mit einem Hieb den Nagel aufzuladen Auszuführen Zerschneide den Schleid zwischen Traum und Wache Was stöberst du in einem staubigen alten Geist wie dem Main herum Nichts vom Wert verbirgt sich dort, glaub mir Aber hervor schweite die Welt um dich herum Mit deinem Traumnagel Verborgenes wird sich offenbaren Kurri, Kurri Kurri, Kurri Ich mag die Soundkulissen mit dem Spiel, ich weiß es nicht Ah, du bist zurückgekehrt Willkommen zurück in der wachen Welt Die Gestalten dieser Träumer Sie haben dich mit ein bisschen Kraft, das ihn noch blieb In diesem verborgenen Ort gezogen Aber dieses Artefakt, das du jetzt trägst Der Traumnagel Er kann den Schleier zerschneiden Der die wache Welt von unseren Die wache Welt von unseren Träumen trennt Nicht einmal die Träumer Selbst können sich vor solch einer Waffe verstecken Ich muss dir jedoch zugeben, dass diese heilige Klinge mit der Zeit stumpf geworden ist Gemeinsam können wir ihre Kraft vielleicht wiederherstellen Du musst mir nur Essenzen bringen Essenzen Die kostbaren Fragmente des Lichts aus den Träumen gemacht sind Sammel sie, wo immer du sie finden kannst Und bring sie zu mir Wenn wir genug haben, können wir gemeinsam Wunder vollbringen Geh hinaus in die Welt, Träger Ja, genau, der Essenz, die dort verbirgt Sammel hunderte Essenzen und geh jetzt mal wieder zurück Ich werde dich mehr lehren Du bist immer noch ungehebener kunst der Träumer Hast du sie gesehen? Diese flüsternen Pflanzen, die überall in diesem alten Königreich wachsen Ich glaube, eine davon ist gleich dort draußen Schlag sie doch einmal mit dem Traunagel um Sie sehen, was passiert Wo genau bin ich? Krieger Ruhestätte Ach Das sind Traumfänger Ach Das ist Essenzen Ah, wie viele sind denn da? Bevor ich da jetzt... Nee, guck Ich kann... Ich kann es nicht mehr einsetzen Ich brauche einen Gegner Ah, hier sind wir wieder Okay, ich glaube, ich weiß, was auf jeden Fall unsere Mission ist Ähm, wir müssen die drei Typen-Seelen wahrscheinlich holen Ah Perfekt Als hätten sie an alles gedacht Ich fürchte mich Was bist du? Ah Okay Okay Die anderen Seite gibt's so... Alter Zähnenfresser Okay Journal eines Wanderers Journal eines Wanderers Das habe ich gesehen Okay Hier geht's ins Licht Was gibt's auf der anderen Seite? Es zieht gleich zwei Herzen ab Die Viecher sind brutal stark Ich habe Ich so. Alter. Ziegel von Hell und Nest. Ja, wieder Menge Geld. Das ist der Ausgang. Das ist der Ausgang. Okay, mit dieser Person reden wir in der nächsten Folge. Leute, gehabt euch wohl. Tschüss.